oh papa fährt jetzt auch fahrrad jetzt geht's los ja da kommt die straßenbahn das war die kölner straßenbahn machen eine kleine rundfahrt durch zündorf bei köln mit meinem elektro bike darum ist es so leise und ich muss mich auch nicht so sehr anstrengen jetzt geht es in die kurve noch eine straßenbahn hilfe kleiner stopp und es geht weiter haben wir wollen wenn so ein alter mann fahrrad fährt und dann eh der motor in gang kommt siehst du lauter schöne häuser ja da schauen die leute und wundern sich was der wohl auf dem fahrrad macht mit einem handy vorne dran und die wissen ja nicht dass ich ein video mache so dann fahren wir mal in die nächste straße ein wohnmobil und da werden wir jetzt wieder halten weil jetzt werde ich gleich überholt so das war gut nur eine kleine spazierfahrt so leider habe ich meinen selfiestick vergessen dann muss ich eben mit einer hand fahren das ist natürlich nicht so einfach aber das kriegen wir auch hin tut mir auch leid ja es tut uns allen leid da ist noch ein wohnmobil und jetzt kriege ich auch noch gegenverkehr es ist gefährlich an der tankstelle muss ich glücklicherweise nicht tanken weil ich habe einen elektromotor ja das war's für heute und jetzt geht es ab und jetzt geht es ab in die garage und jetzt geht es ab in die garage make home